wieder zurück zu einer weiteren folge von first an idle apg weiter geht's neue woche neue folge 1900 ich habe es geschafft 100 zu kommen achten sachen neu starten ja mal mal später habe ich vergessen ich gerade was anderes aufgenommen habe das war im letzten nagel vergessen egal ist ja nicht so wichtig haben wir schon benutzt ja 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 da 100 außen baum sechs jetzt sind die ersten beiden fertig mal immer schritt für schritt sofort mit regeln aber wir können in die taverne gehen machen mag leicht hier sich auch mal weitermachen sterne sind doppelt da war zwei welche man verbraucht mal bei den bären ist nämlich in vier hat man auch ab und zu ja ich habe noch drei mal veröffentlichen jetzt immer irgendwelchen garten nicht gemacht hier auch schon rollen ohne ende gesammelt das passiert ja mal drei epische auf meine hexen die braucht immer noch ein gegenstand ist immer noch freier platz bekomme ich aber auch nicht machen was ich will zumindest selten schon mal ich bin natürlich noch besser ist klar und krieg eine marke ich bekomme 20.000 4 und 1 aber jetzt schon die neue machen ja das die spiel vielleicht nachher machen ob sie sich dort lohnt kein risiko blumen dass die 100 muss ist ja nix und sich nicht weiß ich noch mit tabelle machen genau weiß ich habe nichts gemacht tabernamäßig nehme ich mir mal auch für die folge aber 70 mal kümmerz machen ich habe nur ein element im moment ein einzeln gucken ob er noch eins bekommen oder zwei oder drei gucken eine grüne schlüssel auch immer gut das tisch abzeichen sowieso ein rollen empläme weite karten ein billig tun die kunde walten schlüssel bier ist ein überschloß sehr schön wäre naja münzner auch nicht so wichtig schön lohnt sich auch ein bisschen schon mal noch ein schlüssel war die schlüssel raus hier ohne hände ja aber es soll ja noch hier ist im frühjahr soll ja was neues kommen was hier ist der folge schon mal angedrottet habe ist noch nicht da noch nicht da ich euch mal ein neues start nach erde auch bekommen habe es noch nicht gesehen hat noch kein update kein großes da ich jetzt die woche über keine ahnung er ist im früher erste quartal und geht noch bis ende märz also noch zur zeit sechs wochen sechs wochen und da was neues kommt doch ein schlüssel mein gott erzählen zwei elemente bekommst du schön das war gut das war nicht schlecht er hat schon bei 70 versuchte nicht ein element bekommen alle schon gehabt so als misst ach so bin ich hier so die schmutzende lehnen hebe ich auch muss ein bisschen aufrufen es entscheiden auch wichtig das wollte ich jetzt noch mal ach ja hier guck mal die fakte 16 da kann man nichts mitmachen da kann man nichts mitmachen wochen mich 20 mindestens 20 ach ja genau hier bekommt man die jahre genau hier war ja genau hier waren die exotischen münzen auch fast voll hier kurz wieder wollen verkaufen ja weiß nicht gleich machen dann geht schnell 50 stück auch mal wieder schon länger nicht mehr gemacht vielleicht schon mal ein paar aufheben wegen täglich auch noch gemacht hier wieder machen dabei das genau das ist alles fertig warum zwei auch fast fertig noch hier überspringen abschnitte abschnitte habe ich schon mal gesehen gehabt alle wellen von über fünf stück auf einmal übersprungen und schlecht weiß nur wenn ich baum 3 und wer hier an baum 3 hat das auch mal gesehen nicht schlecht als schmiss aber das alles ja die beteck hier mit sagt ich habe jetzt kommen nach und nach stück für stück alle alle durch und fertig wenn sie blöd immer zu warten alles ja ansonsten was das eigentlich auch prestig lohnt sich noch nicht gleich neu starten als die 1 zu zahlen auf alle raus ja das ist natürlich schon blöd zu suchen ja ja und 70 108 was ist los der macht gar nichts mehr ist auch aus oder wird der voll blöd auch so klein mich erlöschte ach du kacke weil sie spielen gar nicht mehr da auch mit dir also 31 erst mein gott ach kann nur da rein das tut sich ja noch was mal gucken mal sehen ansonsten bei erster schluss nächste woche in der nächsten folge wieder von vererst und ein bis dahin schön mit